Wir haben hier gerade den Film Liveboot gezeigt, der nochmal sehr eindrücklich in sehr dramatischen Bildern zeigt, dass auf dem Mittelmeer immer noch Menschen sterben. Das haben sich sehr viele Leute angeguckt. Leider ist Herr Seehofer nicht vorbeigekommen, sich den Film anzugucken. Wir hätten ihn natürlich gerne dabei gehabt, damit er auch sieht, was seine Politik anrichtet im Mittelmeer. Ich bin hier, weil ich arbeite schon seit langer Zeit in Griechenland auf der Insel Lesbos mit geflüchteten Menschen. Und ich kenne natürlich die Sea-Watch, verfolge da auch immer die Nachrichten. Und mir ist es persönlich einfach sehr wichtig, dass Menschen hier willkommen sind, dass wir ein Statussymbol setzen, dass wir hier sind und zusammen hoffentlich mehr Power bewegen, dass die Leute, die hier ankommen möchten, auch hier ankommen können. Sehr geehrter Herr Seehofer, wir hatten heute für Sie extra einen Stuhl reserviert in erster Reihe für den Oscar-nominierten Film Liveboot. Wir hätten uns wirklich gewünscht, dass Sie kommen, sich den Film mit uns zusammen angucken und vor allem auch sehen, was Ihre Politik für Konsequenzen für die Menschen an den europäischen Außengrenzen im Mittelmeer haben. Nämlich oft den sicheren Tod. Wir hätten auch uns gewünscht, dass vielleicht dieser Film bei Ihnen bewirkt, dass Sie Ihre Politik ändern und ein bisschen mehr Menschlichkeit in Ihre Politik mit einziehen lassen. Wir hätten auch noch über diesen Film an den nächsten Mal davon kommen. Untertitelung des ZDF, 2020